Also beim ersten Beneful Nightwalk geht es um Sicherheit, um Sehen und Gesehenwerden im Dunkeln. Und damit es eben Spaß macht, im Dunkeln zur kalten und nassen Jahreszeit auch mit seinem Hund hinaus zu gehen, haben wir uns etwas ganz Innovatives und Einzigartiges ausgedacht, nämlich dass wir nicht nur die Hunde mit ganz tollen leuchtenden Halsbändern ausstatten, sondern auch deren Besitzer mit leuchtenden Armbändern. Es ist auch eine wunderbare Idee und für uns war das eigentlich ganz klar, dass wir da auch dabei sind und das unterstützen, um eben auch diesbezüglich mit Accessoires die Sicherheit zu erhöhen. Spazieren gehen oder unterwegs sein mit dem Hund muss ein Miteinander sein zwischen Hund und Halter und nicht ein Nebeneinander und das ist das Wesentliche auch dabei. Seit wir die Hunde haben, sind wir viel mehr unterwegs, viel mehr an der frischen Luft und es ist einfach jeder Tag schön. Es ist, es ist Hammer, weil es einfach unglaublich ist, wie viele Leute gekommen sind, vor allem auch wie viele Vierbeiner und es ist einfach schön, wenn man sieht, dass die Hundefreunde eigentlich die Möglichkeit wahrnehmen, einfach Freundschaften auch zu schließen, Vierbeinige und Zweibeinige, super. Die Nala schaut aus wie ein Weihnachtsbaum und ich finde es großartig. Ich habe eine schwarze Leine, das heißt, wenn ich auf den Zebrastreifen gehe, man sieht oft nicht, dass hinter mir noch ein Hund kommt. Und deswegen ist das super mit diesen Leuchtknochen, die sie da umhängen hat. Ich glaube auch, dass ihr das taugt, weil sie präsentiert das schon die ganze Zeit, so richtig diebenmäßig zeigt sie ihr Halsband. Also auch Hunde, Damen wollen Schmuck tragen. Ja, ich werde sie auf jeden Fall privat nochmal verwenden. Ich finde, es ist ganz wichtig, dass man sieht, dass so ein Hund ist, speziell nachts, speziell bei dunklen Hunden. Ist das wirklich eine tolle Sache, dass man das nochmal verwenden kann. Ich finde, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!